Amen. Amen. Hat irgendjemand noch weitere Informationen vom 11. September und die Verbindung da mit Islam oder Al-Qaida? Also Islam oder Al-Qaida, die das natürlich von irgendeiner Geschichte sich holen. Wir haben 1683. Ich habe gesehen, ich habe Benghazi gefunden. Benghazi war eher so der Jahrestag vom 11. September. Was ist Benghazi? Was ist Benghazi? Es war in Libyen, wo die Amerikaner... Es gab 4 oder 5 Menschen, auch der Ambassador in Libyen. Also das ist in Libyen, wo ein Botschafter ermordet wurde. Ich weiß nicht viel mehr Details. Welches Jahr war das? 2012. 2012 war es? 2012. Am 11. September 2012. Also so wie schon gesagt, wie die meisten von uns gehen fast alle nach der Belagerung von Wien. So, da gibt es noch ein weiteres in 1565. 1565. Sorry, Sister Cathy, you said... Oh, I was waiting. Yeah, sorry. There are four events... Es gibt vier Ereignisse. From 1565 to 1697. Von 1565 till... One moment. 1565 is the Battle of Malta. Everybody knows Malta, it's a Mediterranean island. And it's on 9-11. Die findet am 11. September statt. This was a siege. Mhm. They lost. Das war eine Belagerung, wo sie verloren haben. Let's go with the events and then we'll talk a little bit about the history. 1609. 1609. On 9-11. They're all 9-11. They're all 9-11. They're all 9-11 too. They're all 9-11 too. Then 1683. What is 1609? Oh. A decree in Spain. 1609. Da gibt es ein Dekret in Spanien. 16093? Mhm. Vienna. And then... 16097 is the Battle of Zenta. Z-E-N-T-A. And then of course, if you do 1529, it's kind of... it's the first siege of Vienna pointing to the... the second battle of Vienna. And then in 1529, the first Belagerung of Vienna pointing to the second battle of Vienna. And then in 1699... ...im Jahr 1699... ... 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 K-A-R-L Karlowitz Das ist der Frieden von Karlowitz W-I-T-Z W-I-T-Z K-A-R-L-O-W-I-T-Z Peace Das ist November der 9, September der 11? Das ist nicht, nein So was ist das dann? Januar 26 Warum ist das? Weil das die Abfall des Ottoman Empire Die Decline Es ist alles ein Progressive Decline So wir haben vier Daten Wir haben hier vier Daten Malta, Spanien Austria und Serbien Wir haben hier Malta, Spanien, Österreich und Serbien Und dann gab es hier diese Schlacht bei Zenta Und sie haben all diese Schlachten verloren So this is France seems to be fighting The French Prince Sieht so aus, als wenn hier die Franzosen kämpfen würden In Eastern Europe In Osteuropa In Osteuropa Ja, er hatte die Die Kommande über die Kriege der Kaiser Okay Das ist was Wikipedia sagt Wir haben also nicht nur ein Datum sondern vier Daten für den 11. September Ich weiß nicht, ob das hier wichtig ist oder nicht What's the Treaty of Severus S-E-V R-E-S Where do you find it? Is that 1709? Maybe not Yeah R-E-S Yeah, is that a 9-11? No, it has been concluded in August 1920 Okay Okay Someone said You're saying something I interrupted you Sorry When we had the 9-11 attacks in New York Als die Anschläge vom 11. September in New York waren Da hat Präsident Bush den Krieg mit dem Terror begonnen Und im 14. Jahrhundert beteten die Christen von der Befreiung der Türken Und im 16. Jahrhundert Da wurden die Türken als der gegenwärtige Terror dieser Welt dargestellt Also was nicht direkt mit dem Islam verbunden ist, worüber aber Leute in der Vergangenheit gesprochen haben Das ist der Korea-Krieg im Jahr 1950 Und der andere ist der Zweite Weltkrieg 1944 I think that's the battle of Aachen I'm not sure if I'm pronouncing that correctly It's in Germany Schlauch von Aachen Is that where we had a cat meeting? Aachen Aachen, yeah If you're referring to that, yeah A-A-C-H-E-N Yeah That was on 9-11 1944 Da gab es am 11. September eine Schlacht Also wir haben hier vier Daten und jede Menge Geschichtsinformationen, die hier dahinter stehen Die zwei, die hier in der, oder die vier Daten, die hier in der Mitte stehen, nicht die äußeren beiden Und die, die geschehen alle am 11. September Die Belagerung von Malta Es gibt ein Erlass in Spanien Über die Belagerung von Wien haben wir gesprochen Und dann noch eine Schlacht in Senta in Serbien Also alle sind mit dem Islam verknüpft Ist das jetzt nun eine Also es waren hier alle, bis auf das Gesetz, ein Rückschlag für den Islam Also wegen all diesen, meine Frage ist, wegen all diesen Rückdrängungen oder Einschränkungen Greifen sie dann am 11. September an? Zumindest muss in ihrem Bewusstsein der 11. September ein immer wieder auftretendes Ereignis sein Wir haben leider immer noch keine klare Aussage von irgendjemandem, wo sie sagen Das haben wir gemacht, wegen dem und dem Aber einige Historiker sagen, dass das für sie eine Demütigung ist, vor allem 1683 Das sind Tatsachen, das ist nicht die Ansicht eines Historikers Was wir nicht wissen ist, ob sie am 11. September angegriffen haben, um hier ihre Schmach zu sühnen Also ein Historiker würde Tatsachen nehmen und Aussagen zitieren von Al-Qaida, dass sie das aus diesen Gründen gemacht haben Wir bräuchten eine Aussage von Al-Qaida, die sagt, wir haben den 11. September gemacht wegen all diesen Ereignissen Also die nächste, die nächste oder die annäherndste Aussage, die ich finden konnte Also ein Autor Hat ein Buch geschrieben, das The Looming Tower heißt Am 11. September 1683 Und das nächste oder das annäherndste, was er sagen konnte, war, dass Bin Laden dieses Datum wählte Und mit New York in Verbindung brachte Dass er sich auf einer Hochzeit befand und dort den Koran zitierte Das heißt, wo immer du bist Der Tod wird dich finden Selbst wenn du in diesen luftigen oder eher schwindelerregenden Türmen dich befindest Das war das annäherndste, was ich finden konnte Alle anderen haben sowas nicht gesagt Also wir haben immer noch keine harten Fakten Es gibt noch nicht mal richtige Hinweise Oder Beweise, dass Bin Laden mit den Angriffen oder Anschlägen überhaupt was zu tun hatte Also es gibt hier keine Tatsachen dazu Also was wir nun machen sollten, ist durch alle hier hindurch gehen Und Wahrheiten raussammeln und die alle mit dem 11. September in Verbindung bringen Ich finde es einfach nur auffallend, dass keiner das bisher gemacht hat Ich habe noch etwas, was ein bisschen komisch klingt Bei der Schlacht um Konstantinopel im Jahr 1453 Da gibt es ein Symbol für die Macht des Islams weltweit Und da gibt es ein Ort nahe dem Bosporus Was das Goldene Horn, Kap Horn genannt wird Aber es gibt da irgendwas, was sie dazu veranlasst hatte Nach der Weltherrschaft zu streben in ihren Eroberungen Und sie wollten diesen goldenen Apfel haben Da gab es diese Statue von Justinian Auf einem Pferd als einem Kämpfer Und er hielt einen goldenen Globus in der Hand Und obendrauf ein Kreuz Und das sollte bedeuten, dass Konstantinopel die Weltmacht ist Und als sie Konstantinopel erobert haben Und dann haben sie diesen goldenen Apfel erobert In der Schlacht um 1683 oder Belagerung, da haben sie Wien den goldenen Apfel genannt Weil das das Zentrum der christlichen Welt war Und nun wird New York nun als der Big Apple genannt Und das ist das Zentrum der Wirtschaftsmacht und wirtschaftlichen Weltmacht Und das ist eine alte islamische Tradition, wie man an Macht kommt Wenn man hier einfach Apfel mit Apfel quasi verbindet Wir untersuchen die Verbindung zwischen dem 11. September Und dem Ende der Gnadenzeit Und die Vorhersage über den 18. Juli Und das Ende der Gnadenzeit Beide Visionen befinden sich in dem gleichen Abteil aus 9. Band der Zeugnisse Und jetzt ist nun die Frage Beziehen sie sich auf das gleiche Ereignis oder sind das unterschiedliche Ereignisse Was ist unsere Schlussfolgerung davon? Es ist eine Wiederholung und Erweiterung Weil es auf das Ende der Gnadenzeit hin zeigt Wenn man die Aussagen auf Seite 12, 13, 28 und 29 liest Da ist der Kontext für alle vier Seiten oder beiden Visionen Das Ende der Gnadenzeit Eines bezieht sich auf New York und das andere bezieht sich auf Nashville Und der Grund, warum diese Ortschaften oder diese Städte genannt werden ist, weil sie sich zu jener Zeit eben an diesem Ort aufhält Wir haben also die Verbindung zwischen 9.11 und dem Ende der Gnadenzeit aufgezeigt Kannst du uns daran erinnern, Jonathan? Question again, please Wie verbindet man den 11. September mit dem Ende der Gnadenzeit? So, the context is close of probation And of the passage And then we That's what Then we saw Something happen That exactly fulfilled the Prediction But because it's in the context of the close of probation This 9.11 can't be literally 9.11 as written of It must be a harbinger It must be like a foretaste We're okay with that summary? Seid ihr zufrieden mit dieser Zusammenfassung? Question is, can we use exactly the same methodology to predict July 18, 2020, something happening in the city of Nashville? Die Frage ist, können wir nochmal die gleiche Methodik anwenden und somit vorhersagen, dass am 18. Juli 2020 in Nashville etwas geschehen wird? That's the question that we need to address Das ist die Frage, die wir beantworten müssen We can't Wir können das nicht tun Why not? Warum können wir das nicht nochmal machen? Not real good effects We were able to come up with a On the 9.11 First But It was kind of a It didn't come up with real good conclusions So we shouldn't use it to Do the Nashville model Can you summarize that please? When we did that using 9.11 Als wir das gemacht haben In Bezug auf den 11. September Some of the conclusions that we came to Or the consequences of that study Dann war eines der Schlussfolgerungen oder We're not good Dieses Studiums Nicht gut We started doing things like Suggesting that 9.11 Was the beginning of the latter rain Wir haben angefangen und vorgeschlagen, dass Der 11. September der Anfang des Spätregens sei Was war die Logik dafür, dass wir den 11. September Als Den Beginn des Spättregens markiert haben Das ist eine der Konsequenzen Oder Auswirkungen Von dieser falschen Sache Was wir gemacht haben Und Menschen haben Die Bewegung Wegen diesem Problem Verlassen Wie haben wir das hingekriegt Dass der 11. September Der Spätregen sein soll? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ich kann mich nicht mehr an die Logik erinnern Ist es Apostelgeschichte 3,19? Nein. Hat es nicht etwas damit zu tun gehabt, dass es anfängt zu tröpfeln? Dass der Spätregen auf die Priester tröpfelte? Wie kommst du da dazu? Ich erinnere nur, dass etwas über die Pröpfel begann. Irgendwas über die Pröpfel begann, die Pröpfel auf die Priester. Woran ich mich erinnere, ich weiß auch nicht, ob ich recht richtig liege, ist, dass wir Apostelgeschichte 3,19 benutzt haben. Und wir haben es mit der Zeit der Erquickung in Verbindung gebracht. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Zeitabschnitte bezüglich dieser Erquickung. Und wir haben es auch mit dem Gericht an den Lebenden verknüpft. Und wir haben dann gesagt, dass es der 11. September ist, Offenbarung 18. Da gibt es eine Verknüpfung zwischen all den Schritten. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Wir wissen nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Aber wir haben gelehrt, dass der Spätregen am 11. September ausgekostet wird. Von dem wissen wir jetzt, dass es falsch ist. Stimmen wir dem überein, dass es falsch ist? Das Problem beginnt, das Problem beginnt damit, dass wir Daniel 11,41 als das Ende der Gnadenzeit hinstellen. Wenn man das Sonntagsgesetz zum Ende der Gnadenzeit macht. Und dann fängst du an, die Inspiration oder die Bibel zu manipulieren. Weil nämlich der Spätregen vorm Ende der Gnadenzeit kommt. Und wenn das Ende der Gnadenzeit nun das Sonntagsgesetz ist, dann muss ja der Spätregen vorher kommen. Und da fangen nun die Probleme an. Es ist jetzt hier nicht nur die Tatsache, dass du 9-11 und das Ende der Gnadenzeit irgendwie zum Laufen bringst. Das kriegst du hin. Du hast hier Gebäude, zweimal Gebäude, zweimal Feuer. Die letzte Verbindung. Hause. Hier, Buildings, ja, okay, ja. Buildings in the Buildings, fire and fire, and the last connection is. Die Quelle, wo es steht. So 90's kind of becomes a symbol, but you've got direct connection between those two things. Es gibt noch eine direkte Verbindung zwischen den beiden. Location. Der Ort. It's New York. It's in New York. Es scheint zu passen, aber die Umstände ist das, was es nun schwierig macht. Einfach nur, um aufzuzeigen, wie töricht wir waren. Was haben wir gesagt, was wir im Jahr 2015 erlebt haben? 2015. In Verbindung mit den Fehlern, die FFA lehrt. Im Jahr 2015. Es hat etwas mit der gleichgeschlechtlichen Ehe zu tun. Give me the term. Is it with marriage, yes? Same-sex marriage. The biblical term. Image. Bild des Tieres. Wann war das Bild des Tieres? Also der vorgegebene Wirkliche. No. No. Sonntagsgesetz, nein. 11. September. Der 11. September muss das Bild des Tieres sein. Weil da kommt ja der Engel von Offenbarung 18 hernieder. Da fängt auch der Spätregen an. Das hat die Bewegung als das Bild des Tieres dargestellt. Das zerbrechen des republikanischen Horns wegen diesem Patriot Act. We're going to repeat it later. So on 9-11, they said that the Patriot Act showed the breaking of the horn of Republicanism. Okay, so we know you can get 9-11 to work. We've got the star story. They look the same. Buildings fire in New York. Also wir wissen, dass wir 9-11 und Ende der Gnadenzeit zum Laufen bringen. Es funktioniert. Du hast beides mal einen Stern, beides mal New York, Gebäude, Feuer. Aber es bringt auch Probleme mit sich. Der Regen ist ein Problem. Das Bild des Tieres ist ein Problem. Die Ernte, die Trennung, das verursacht so viele Probleme. Auch Zeit setzen wird ein Problem. Der zweite Engel, der dritte Engel. In fact, this one issue single-handedly derails this movement, takes it off track. Einfach nur diese eine Tatsache hier kann die ganze Bewegung vom Kurs abbringen. Und jetzt nutzt nun FFA die gleiche Methodik, um die Prophezeiung um den 18. Juli zu etablieren. Und wir haben ihre Thesen noch gar nicht genau auseinandergenommen, um die Auswirkungen zu zeigen von dem, was sie da eigentlich tun. Eine einfache, ist, dass sie jetzt dazu gezwungen sind, öffentliche Evangelisation zu betreiben. In einer Zeit, wo ihnen das nicht gestattet ist. Warum dürfen sie keine öffentliche Evangelisation momentan betreiben? Zum einen, es ist noch nicht die Zeit, zu den Leviten zu gehen. Du kannst ja nirgends hingehen momentan. Because of the virus? You have virus, yeah. No, I want a much more foundational reason why. Ich hätte ganz gern etwas grundfestere Gründe, warum nicht. Also, ich erzähle hier eine Geschichte, ein Gleichnis. Now, we would think that human trafficking is one of the most evil sins that you could imagine. Traffic, you mean using a car or traffic? No, buying and selling. Ah, okay. Man könnte meinen, dass der menschliche Handel, kaufen, verkaufen, eines der bösartigsten Sünden sind, die je gemacht wurden. Just like we would think that cannibalism is, you know, beyond the limits, you've gone too far. Genauso wie man meinen kann, dass Kannibalismus einfach zu abgefahren ist. Da geht man einfach zu weit. I've spoken about cannibalism in the past, I'm not going to talk about that. Ich habe darüber schon mal in der Vergangenheit gesprochen, das werden wir jetzt nicht behandeln. People take human trafficking. Menschen nehmen nun diesen menschlichen Handel. And we just give it nice names to make it pretty. Human trafficking means you deal with people. Okay. Es geht hier um Menschenhandel, dass ich das richtig übersetze. So we give it these pretty names to sanitize or make it look clean. Also wir geben hier verschiedenen Namen der gleichen Tatsache, damit das ein bisschen netter aussieht. Like a servant for instance. Wie zum Beispiel ein Diener. Now when it comes to men and women. Wenn es aber nur um Männer und Frauen geht. And they begin to engage in human trafficking. Und sie sich im Menschenhandel betätigen. Both the men and the women. For different reasons want to give it a nice name. Da wollen Männer, sowohl Männer als auch Frauen, beide der Sache einen schöneren Namen geben. So the new gentle name is appreciation. Aus verschiedenen Gründen. Und der neue nette Name ist appreciation. Ist ein Vorzug. You will know it by the term dowry. Und ihr kennt das. How do you spell that? D-O-W. R-Y. D-O-W. R-E-Y. D-O-W-R-Y. D-O-W-O-R-Y. Dow-R-Y. D-O-W. And then? R-Y. R-Y. Ah, man könnte das als eine Mitgift oder Brautgabe mitgeben. Titeln. Der Mann könnte eine Mitgift zahlen und dann seinem Schwiegervater sagen, danke Vater, dass ich hier diese schöne Frau jetzt haben kann. Was er aber wirklich meinte ist, sie war ursprünglich dein Sklave und jetzt kaufe ich sie dir ab. Damit sie jetzt mein Sklave sein kann. Und die Frau, die Frau oder die Tochter, sie sagt, boah, ich bin aber viel wert, ich bin so viel Geld wert, somit muss ich also einen gewissen Wert haben. Und was sie wirklich meint ist, mein Wert liegt in der Kraft, die ich habe oder in meiner Schönheit und je schöner ich bin, desto mehr wert bin ich. Jetzt möchte ich mich hier aber mal auf die Frauen fokussieren. Wie sie diese Aussteuer quasi betrachten. Indem sie etwas sehr Schlimmes oder Verwerfliches in etwas Schönes umwandeln. Zunächst mal geben sie der ganzen Sache einen schönen Namen. Du sagst nicht, du isst Schwein, sondern du isst Schinken. Du sagst nicht, dass du das Hinterteil einer Kuh isst, sondern du sagst, ich esse ein Steak. Und Menschen haben diese Angewohnheiten, sowas zu tun. Was diese Frau jetzt nun macht, sie nimmt jetzt diese Praktik, diese verwerfliche Praktik und verwandelt sie in etwas, was jetzt nun Sinn macht. Dann kannst du sagen, schau mal, wie romantisch das alles ist. Mein charmant, hansonder Prinz ist bereit, dass ich all das für mich, ich muss so wertvoll sein sein. Mein Traumprinz, mein charmanter Traumprinz, der zahlt all dieses Geld für mich. Ich muss wirklich wertvoll sein. Wir wissen natürlich, dass das alles erfunden ist oder nicht stimmt. Diese Bewegung macht jetzt etwas sehr Ähnliches. Wir sind nicht dazu gerufen, öffentliche Evangelisation zu machen. Warum ist es uns nicht gestattet? Weil jetzt nicht der Augenblick dafür ist? Warum? Weil es heißt, erste Gemeinde, dann die Welt. Warum? Weil Gott zuerst mit seiner Gemeinde umgeht. Was soll ich sagen? Warum? 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 Warum geht Gott mit dieser Gemeinde umgehen? Ich will eine andere Frage stellen. Warum nicht die Leviten? Weil er uns zuerst vorbereiten muss. Erstmal muss er die erste Gruppe wiederherstellen. Du magst meine Antwort nicht. Die Priester funktionieren noch nicht, um wirklich zu evangelisieren. Was würde denn geschehen, wenn wir das tun würden? Wir würden die Leviten zerstören oder beschädigen, weil sie noch nicht fertig sind für eine Ernte. Also tust du sie beschuldigen? Du hast gesagt, sie sind noch nicht fertig. Also es wäre ein doppelter Schaden. Wir sind noch nicht vorbereitet dafür und sie sind noch nicht, ja, auch noch nicht fertig. Also in anderen Worten können sie sagen, wir haben noch nicht, unter uns herrscht noch keine Harmonie. Mit wem? Die Priester harmonisieren noch nicht. Also uns ist nicht gestattet, mit irgendjemand in Missionsarbeit einzutreten. Weil wir sie zerstören würden. Was wir also machen, weil wir uns selbst nicht als schlecht darstellen wollen, da sagen wir was? Da sagen wir, die sind noch nicht fertig. Und wenn wir sagen, wenn wir rausgehen würden und etwas machen würden, was würde dann geschehen? Vielleicht würden einige von uns sie zerstören, ja. Wir sagen, das Problem ist, wenn wir es zu schnell machen, da ist die Welt noch nicht vorbereitet für uns. Sie sind noch nicht zur vollen Reife gelangt. Sie mögen uns zu schnell töten. Weil sie damit nicht umgehen, wissen, wie man damit umgeht. Und den Ausdruck, den wir dafür nutzen, weil wir einfach nur wie Rechenmaschinen sind, was wäre da das andere Wort? Wir befinden uns im Verborgenen. Wir verbergen all unsere Sünden, indem wir sagen, nein, wir sind in der Zeit des Verbergens. Weil wir einen Schutz bedürfen. Von diesen bösen Adventisten, von dieser bösen Welt. Wir brauchen keinen Schutz vor denen. Sie brauchen einen Schutz vor uns. Gott beschützt sie vor dem Schaden, den wir ihnen zufügen würden. Menschen können das Thema einer Aussteuer nun auch auf diese Art betrachten. Eine Mitgift ist nichts anderes wie Menschenhandel. Ihm einen tollen Namen zu geben, ändert nichts an der Tatsache. Wenn du nun an den 18. Juli 2020 glaubst, kann Gott da nun Nashville zerstören, ohne ihnen vorher eine Warnung zu geben? Kann er? Nein. Er ist an seine eigenen Regeln gebunden. Er kann nichts machen, ohne dass er dich zuerst gewarnt hat. Deswegen hat ja auch noch keiner das Mahlzeichen des Tieres. Wenn man jetzt gewöhnliches adventistisches Verständnis anwendet, folgt da jeder dem Tier. Ja. Sie alle beten am Sonntag an. In welcher Form auch immer das sein mag. Aber noch keiner hat das Mahlzeichen. Warum? Weil der Test noch nicht da ist. Und der Test kann erst dann kommen, wenn du ein gewisses Wissen angesammelt hast. Gott kann also Nashville nicht zerstören, ohne es vorher gewarnt zu haben. Inwie. So if you have a prophecy, a prediction that says you're about to be destroyed soon, you need to tell them first. It's like Jonah. Yes. Wenn du eine Prophezeiung hast, die sagt, du wirst zerstört, dann musst du sie zuerst warnen. Und das bedeutet dann nun, oder die Folge daraus ist, dass sie gezwungen sind, öffentliche Evangelisationen zu betreiben. Da siehst du nun eine so eine Auswirkung, ist, dass es dabei endet, dass sie diese Leute zerstören, anstatt ihnen zu helfen. Denn sie interagieren mit ihnen, bevor die eigentliche Zeit dafür gekommen ist. Eine der Segnungen, oder der besten Dinge, die Future for America je getan hat, ist, was ist das Beste, was sie je gemacht haben? Oder eines der besten Dinge, die sie je gemacht haben? Ich sage es euch. Sie haben alle Verbindungen zwischen ihnen und uns gehabt. Und wenn nun Menschen untersuchen oder feststellen, wie töricht sie sind, dann werden sie zumindest nicht meine Videos auf ihrer Webseite sehen. Somit bin ich nicht damit in Verbindung. Und wenn sie die Newsletter ansehen, dann werden sie auch nicht feststellen, dass es da Schwesterministries gibt, wie Finn zum Beispiel. Es sei denn, sie gehen zu den alten Newslettern. Sie haben nie meinen Namen auf dem. Only yours. All meine Videos sind aus. Wir finden auch einen Link für das. Kein Problem. Also, vielleicht sollten wir auch ihre Videos alle löschen. Wir haben sie noch immer auf unseren Channeln. Also, lasst Witze beiseite. Also, was man hier schon recht schnell sehen kann, ist, dass sie durch ihr Handeln jetzt Menschen zerstören werden. Was meinst du damit, dass die Menschen zerstören werden? Warum ist es dir nicht gestattet, öffentlich zu evangelisieren? Weil du sie erschreckst? Du hast gesagt, sie werden sie zerstören. Das habe ich gesagt. Dann hast du gefragt, was meinst du mit zerstören? Und dann meintest du, zerstören bedeutet, sie erschrecken. Wie? Wie zerstören? Vergiss Nashville. Du hast nicht gefragt, was zerstören bedeutet, unabhängig von Nashville. Warum können wir nicht zu der Welt gehen und ihnen über gewisse Dinge Informationen geben? Dann hast du gesagt, weil wir sie zerstören würden. Und dann frage ich, was bedeutet das? Wie zerstörst du Leute? Einen Bibelferst brauche ich dafür, bitte. Welcher Buch? Ich denke, es gibt einen. Mir fällt keiner ein. Zerstört. Type die Worte. Wir sehen, was passiert. Ich denke, Wenn ich... Das ist nicht die einzige Reference für die Worten Destroyer. Oh, dann help her. Oh, dann. Sie ist James 4 oder 12, aber ich weiß nicht. Es ist nur 67 Hits. Und? Wenn du in Destroyer hast, ist es 167. Oh, 164, ich bekomme. Okay, Sister... Kathrin hat dir die Antwort. Ich habe dann... ja. Tell us. Jesaja 4, Vers 6. Hosea 4, Vers 6, Entschuldigung. Ich kann es nicht finden. Hosea 4, Vers 6. Hosea 4, Vers 6. Hosea 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Was bedeutet nun hier zugrunde gehen oder zerstört zu werden? Lack of knowledge. Was bedeutet das? Ein Mangel an Wissen. Was bedeutet das? In diesem Kontext, was bedeutet das? Das ist meine Frage. Das ist meine Frage. Das ist auch meine Frage. Du zerstörst Menschen. Du zerstörst Menschen. Und du fragst mich, warum werden sie denn zerstört? Dann habe ich dir ein Vers genannt. Und die Antwort ist, weil es da einen Mangel an Erkenntnis gibt. Jetzt muss ich wohl mehr erklären. Warum werden Menschen zerstört? Weil sie nicht wissen, was vor sich geht. Stimmst du dem überein? Sie haben dieses Wissen nicht. Wenn du zu ihnen hingehst, was sagst du ihnen dann? Nämlich, dass sie etwas wissen müssen. Was müssen sie wissen? Und was ist dieses Etwas? Wer ist der Ziel? Wer ist der Ziel? Wer ist der Ziel? Wer ist der Ziel? Wer willst du mit gehen? Wir gehen mit der Welt. Lass uns über die Welt reden. Ja, weil meine Frage war über die Welt. Was muss die Welt wissen? Was muss die Welt nun wissen? In diesem Kontext? Warum ist es uns nicht gestattet, öffentliche Evangelisation zu machen? Weil dafür die Zeit nicht da ist. Und wir sagen, wir werden sie zerstören. Wir zerstören sie, weil sie keinen Mangel an Erkenntnis haben oder Wissen. Und meine Frage an dich ist nun Wissen über was. Aber das ist auch meine Frage. Du weißt nicht, was die Welt wissen muss. Dass Jesus wiederkommt. Sie müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. Der Islam sagt ihnen das, dass die Welt zu einem Ende kommt. Die Wissenschaft sagt ihnen das. Und der Islam sagt nicht, dass Jesus wiederkommt. Also sie müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. Das ist alles in allem. Also sie müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. Ich denke, das ist alles in allem. Sie müssen nicht wissen, dass Jesus heute eventuell wiederkommt, sondern es reicht einfach in der Zukunft. Wie kann das so sein? Wie kann dem denn so sein? Jeder wusste vor Jahrzehnten, dass Jesus wiederkommen würde. Was sollen sie also wissen? Welche Botschaften müssen wir ihnen denn geben? Also wenn du das als Priester nicht weißt, dann haben wir Probleme. Ich weiß es aber nicht. Also darüber sprechen wir heute Nachmittag. Überdenken wir darüber mal nach, was muss die Welt wissen? Wenn wir mit ihnen in eine Verbindung treten. Also stellen wir folgende Frage. Sie müssen etwas wissen. Wer wird ihnen das sagen? Wir werden es ihnen sagen. Warum ist es uns jetzt nicht gestattet, mit ihnen zu reden? Weil wir ihnen die falsche Information geben würden. Sie hätten das richtige Verständnis nicht. Warum sollten wir ihnen dann also die falsche Information geben? Weil wir es selbst ja noch nicht wissen. Was wird FFA denn diesen Menschen sagen? Ich weiß gar nicht, was sie ihnen empfehlen zu tun. Sollen sie wegziehen? Nachdem sie nun errettet worden sind vor diesem Anschlag, was sagen sie dann? Nächste Woche kommt das Sonntagsgesetz. Ist das nun die richtige oder die falsche Information? Wir haben falsche Informationen und deswegen ist es uns nicht gestattet, an die Welt heranzutreten. Du sagst diesen Leuten hier in Nashville, dass nach den Angriffen wir einem Sonntagsgesetz bevorstehen. Da zerstörst du sie. Denn sie warten auf etwas, das nie eintreffen wird. Und während sie auf diese Sache warten, was geschieht da eigentlich? Was geschieht da? Und sie sind auf der, zur gleichen Zeit sind sie Nationalisten, Rassisten und Sexisten. Und darüber werden sie getestet. Und sie fallen durch diese Prüfung hindurch. Und deswegen werden sie dann zerstört werden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. Wir bitten dich, dass du mit uns bist und uns segnest. Vater, hilf uns, dass wir mit dir keine Spielchen machen. Du hast menschliche Sklaverei verboten. Und heute nennen wir es die Aussteuer in einer Ehe, um es akzeptabel zu machen. Du hast uns gelehrt oder gesagt, dass wir die Welt hinter uns lassen sollen. Und wir geben vor, dass sie uns angreifen würden, wenn sie es probieren würden. Wir machen weiterhin, verändern wir das Falsche in das Richtige. Helf uns zu erkennen, wer wir sind, was wir tun und die Veränderungen, die geschehen müssen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 !